Mein Name ist Claudia Schweiger. Ich kandidiere für die freiheitlichen Arbeitnehmer bei den Arbeiterkammerwahlen im Bezirk Mattesburg. Ich bin auch die Landesobfrau vom freiheitlichen Familienverband Burgenland. Deshalb sind mir auch die Senioren und die Pensionen ein großes Anliegen. Ab Jänner 2020 gibt es die neue Mindestpension von 1200 Euro für 40 Beitragsjahre.